Heute möchten wir die Story von RONDOFLEX in unserer Praxis erzählen. Zunächst hatten wir dieses Gerät nur gekauft für die Reparatur von Keramikfrakturen. Jedoch hatten wir sehr schnell festgestellt, dass wir viel, viel mehr Möglichkeiten zur Verwendung dieses Gerätes haben. Beginnen wir mit den Möglichkeiten von RONDOFLEX Reparatur einer Keramikfraktur. Zunächst natürlich Legen des Kofferdammes und wir beginnen mit der Behandlung. Zunächst vergrößern wir die Klebeflächen mit einem Finierdiamanten. Danach erfolgt die weitere Konditionierung. Hierfür verwenden wir nun das RONDOFLEX mit 50 µ und strahlen die Fläche für ca. 10 Sekunden. Nach Reinigung und Trocknung der Oberfläche erfolgt die weitere Konditionierung mit einem Primer, in diesem Fall von GZ. Danach tragen wir das Bonding auf, verblasen das Bonding und härten es aus. Nun sind wir so weit, dass wir mit dem Schichten des Komposites beginnen können. Wir schichten die Restauration, polinarisieren und beginnen mit der Ausarbeitung unserer Restauration. Nach entsprechender Politur können wir wiederum den Kofferdamm abnehmen und erhalten ein hervorragendes, ästhetisches und qualitativ hochwertiges Ergebnis, das auch kostengünstig die weitere Funktion des Zahnersatzes gewährleistet. Was wir feststellen ist, dass wir dieses Gerät in der Praxis immer mehr verwenden. Zum einen haben wir eine sofortige Verfügbarkeit von RONDOFLEX. Wir stecken es einfach auf die Multiflexkupplung und schon können wir arbeiten. Weiterhin haben wir immer mehr Indikationen festgestellt. Sämtliche adhesive Zementierungsflächen können Chairside mit RONDOFLEX zusätzlich konditioniert und verbessert werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit, alle Klebeflächen der Zahnmedizin zu optimieren. Wie in diesem Beispiel die Vorbereitung eines Titanabartments, in dem die Oberfläche mit dem RONDOFLEX aufgeraut und vergrößert wird. Durch die Kombination von Pulver mit Wasserstrahlen, wodurch die Staubbildung reduziert wird, ergibt sich zusätzlich Chairside eine hervorragende Reinigungshilfe für sämtliche zahnärztliche Restaurationen. Aus den genannten Gründen und Möglichkeiten können wir RONDOFLEX für alle Praxen von ganzem Herzen empfehlen.